McDonalds oder Bubble Tea? Ah, Mac ist schon geil, aber Bubble Tea. Bubble Tea oder Red Bull? Jetzt verladen wir zwar Flügel, aber nein! Bubble Tea oder ein echtes iPhone 15? Moment, was ist das? Sag mal, willst du mich verarschen? Ach, geh weg mit deinen Spielsachen, ey. Bubble Tea. Bubble Tea oder ein riesen Bubble Tea Kuscheltier? Ah, ich bin so weich! Ah, Bubble Tea! Okay, 100 Euro oder diesen Bubble Tea. Ich brauch kein Geld. Was soll ich mit 100 Euro anfangen? Mein Gott! Geh, bitte! Bubble Tea natürlich. Danke und erlass ein Abo.